Ja, da bin ich wieder. Willkommen zurück bei Super Mario World Television Super Nintendo. Back to your roots. Also ich habe jetzt extra nochmal zwischen den Parts den kompletten Soundtrack von Secret of Evermore durchgehört und habe mich getäuscht. Hat sich doch nicht bewahrheitet, dass da ein gleicher Soundtrack dabei ist. Ah, ja okay, aber das kannst du auch ein bisschen leichter machen. Wir sollten ein bisschen langsamer machen. Bisschen, bisschen. Oh oh. Waaah! Oh! Waaah! 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 Alter, das war knapp. Oh oh. Oh shit, ich dachte ich bleib da vorstehen. Oh shit, das ist ja easy. Ja, ich sollte vielleicht in Zukunft erstmal schauen, wie das alles so verläuft. Oh shit. Oh, ich da will drum springen. Oh shit. 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 Er registriert es, dass ich einen Drehschwung mache und katapultiert mich hoch, aber gibt mir trotzdem noch den Hit. Okay. 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 Danke, Spiel. Eheiz, Eheiz, Eheiz! Warum denn nicht gleich so? Eieieieiei Tja Einfach mal so das Schloss weggewischt Warum auch nicht Erstmal das gesunken Schiff Was uns die Tore öffnet Super aus der Welt Wow Na klar Ja Ja Natürlich Oh, tschüss, den Yoshi, hab ich mal gesagt. 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 Ja, das fand ich gut. Oh, tschüss. 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 Oh. Oh. Ich hab einen Yoshi dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Ach Gott, es ist das Level. Komm schon. Ich dachte jetzt, ich war schnell genug, dass er so darüber... Ah, rennt. Das ist ja ärgerlich. Bis zum nächsten Mal. Das müsste es aber ein normaler Ausgang sein, hoffe ich. Komm schon. Ja, zumindest ein Leben. Das ist ja auch schon mal was wert. Das ist ja auch schon mal. Das ist ja auch schon mal. Ja, super. So eine Feuerblume brauche ich hier auf keinen Fall. Oh, was war das denn? Na klar! Oh, shit. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, da haben wir doch in diesem Part einen ganz guten Fortschritt. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Super Mario World. Back to the roots. Ciao.